Mein Name ist Jérôme Luling. In meiner kleinen Sendung Letze, wo ich lehre, sprechen wir heute über Tobi. Da gucken wir ein Stern mal an. Hier ist ein Exerciß. Links gibt es Fotos und jetzt gibt es Text. Also müssen wir den Text mit Fotos oder mit Billa kombinieren. Ich lese erst den Text NG4. Piano spielen, Gitter spielen, Schwammen, Kachen, Basketball spielen, Manwolo fuhren, zusammen mit Scouten, Tölle gucken, Fußball spielen, Rugby spielen, Lesen, Hip Hop tanzen. Mal Hip Hop tanzen. Ich meine, das tut mir direkt alle Sinn, das ist der Titan. So. Und dann, als nächstes, Manwolo fuhren. Ich fuhren all der Manwolo. Was? Hi. Piano spielen. Piano spielen. Ich spiele all der Manwolo. Und das ist ein bisschen schwerer. Was kennt das Sinn? Ja, das ist eine Television. Also, ich gucke all der Tölle gucken. Warte mal nach. Hi, Uwe. Was ist das? Das ist ein Gitter. Also, mein Verb. Ich spiele all der Gitter. Und da geht schon im Job mit dem Platz. Ja, was möchte ich hier? Oder Sie. Sie sind super. Sie spielen mal den Ball. Das ist Rugby. Also, Sie spielen Rugby. Rugby spielen. Hoppla. Ja. Schwimmen. Da können wir gucken mal, ob man ein Foto fand mit einem, der schwimmt. Und hier ist schon ein. Hier ein, hier schwimmt. Also, ging ich so ein. Misstatt zusammenpassen. So. Tipptopp. Schwimmen. Und dann kann er. Was machen Sie? Ja, Sie spielen auch mit einem Ball. Aber nicht mit einem Hand mit dem Füß. Und das nennen wir Fussballspielen. Oder Fussballspielen. Oder Fussballspielen. Oder Fussballspielen. Wir haben viele verschiedene Ausdrücke. So. Kann er spielen Fussball. Und da können wir alle Gute. Das ist eine engere Küche. Das ist ein Dippen. Das ist ein Breilöffel. Was möchte man dann? Richtig. Sie kocht. Kochen. Aber warte mal dann noch. Was fehlt dann? Ah. Die heute Foto. Warte, die da. Boah. Da spielen sie auch mit einem Ball. Und das sind Männer. Puh. Ja, sie sind zu Puh. Sie spielen mit einem Ball. Aber mit der Hand. Und das nennen wir Basketballspielen. Du kannst weder mal Fuss spielen. Dann hast du Fussballspielen. Oder mit der Hand. Dann hast du Basketballspielen. Und dann haben wir auch noch den Handball. Mit der Thai als Basketball. Ja. Aber was machen sie hier? Das sind lauter Bücher. Und da sitzen Leute rundherum in Dösch. Sie lesen. So. Sie lesen Bücher. Aber es fehlt da nur noch. Ah. Ja. Mädchen an der Bauf. Sie sitzen da bei einem Feier. Ja. Und sie haben eine geringe Uniform. Und das sie wahrscheinlich scouten. Also. Sie grillen zusammen mit scouten. Voila. Ah. Schon haben wir alles richtig ausgefüllt. Ich hoffe. Und die Tür mit dem Platz. Das ist ein bisschen Klang. Und der kriegt alles gelöst. Ich den Dodo hin ersetzen. Und den Dodo hin. Ja. Da müssen wir aber. Da müssen wir aber gehen. So. Also noch einige Hip-Hop tanzen. Basketball spielen. Fußball spielen. Kachen. Lesen. Gitar spielen. Man Velo fuhren. Rugby spielen. Piano spielen. Schwammen. Telegucken. Zusehen. Mit scouten. Also. Das sind Hobbien. Oder Freizeitaktivitäten. Und die können da allein machen. Oder mit anderen Leuten zusammen. Und da sind da einen Verein. Zum Beispiel heute. Das vielleicht. Velo's Verein. Und da gehen sie zusammen. Und die Tür machen. Und das wäre doch schon jetzt. Da gehen sie schon erst an mein Handmenü. Das ist Hi. Und ich weise euch nach meinen Kontaktadressen. Also diese. Exerciz.lu. Theorie von der Obkammer.lu. Ich sehe auf Facebook. Auf YouTube. Und die Bücher mit denen schaffen. Wärm-Tabellen auf Lützbäisch. Und sie wünsche ich auf Lützbäisch. Was ist vor zwei Jörercая? Meinen desp bueno ist. Au revoir. Au revoir.